Liebe Zeltschule e.V., liebe Jacqueline, liebe Mitstreiter. Eigentlich ist der siebte Geburtstag ja ein richtiger Grund zum Feiern. Ich hoffe, ihr könnt das auch. Ihr könnt auf sieben Jahre unglaublichen Engagements und großartige Arbeit zurückblicken. Trotzdem an der Baustelle Syrischer Krieg, Flüchtlingscamps, Schulen in Flüchtlingslangen hat sich wenig geändert. Es ist auch noch ein Grauen auf das Erdbeben dazugekommen, der Türkei und in Syrien. Ich kann euch nur Ausdauer wünschen, große Spendenbereitschaft. Ich unterstütze euch, wie ihr wisst, mit großer Begeisterung so gut ich kann und wünsche euch einfach ganz viel Kraft, ganz viel Ausdauer, großzügige Spender und bitte macht weiter so. Eure Arbeit ist unglaublich wichtig. Danke dafür.